hallo da spricht der christian heute melde ich mich mal aus der kälte sozusagen wie ihr hintergrund sehen könnt stehe ich da an der donau nahe schönau wunderschöner tag zwar glaube ich so 45 grad minus aber ich mache mal die runde aber es scheint die sonne und das ist durchaus erträglich und da hinten sehe ich das könnt ihr am video noch nicht sehen hier hinten kommt noch ein schiff also ist da halbwegs etwas bewegung gut was möchte ich euch heute zeigen ich möchte heute ein paar fotografische dinge ausprobieren also ist das lena so ist es nicht besser schon ein paar fotografische dinge ausprobieren ich habe heute mit ein teleobjektiv entele zum ich habe mit ein weitwinkel zum um ein paar langzeit belichtungen zu machen ein paar filter dazu und sonst glaube ich noch eine festbrennweite mit 35 mm wenn ich mich nicht irre so jetzt werde ich noch eine runde gehen wir noch ein paar spots suchen ein paar bilder machen und die würde ich euch heute dann auch gerne präsentieren und auch in meinen work also meinen lightroom workflow einbinden damit ich zeige wie ich diese bilder die ich hoffentlich heute noch mache und die auch herzeigbar sind wie ich die bearbeite um sie dann auch freizugeben in dem sinne bis später alles liebe euer christian ciao und papa so lasst uns noch einen kurzen blick auf das equipment werfen was ich heute mit habe hier fangen wir mal an mit einem stativ das ist ein kleines reisestativ ein manfrotto mit einem kugelkopf das ist relativ dünn auch nicht allzu hoch lässt sich zwar noch ausfahren aber ist eigentlich so wirklich so für die für die schnelle wanderung gedacht und für das leichte gepäck dann habe ich hier meine sony a 73 mit mit dem tamron 70 180 millimetern und hier im rucksack machen wir den mal auf so was habe ich denn da noch hier habe ich noch ein weiteres tamron das zeige ich euch hier einmal tamron 17 28 28 also ein weitwinkel zoom einmal ein sony wo ist es hier 35 wo steht das 35 millimeter 1.8 ja ein paar filter speicherkarten akkus adapter ringe für die filter und ganz wichtig reinigungs kit um die linsen und den sensor zu reinigen bevor es richtig los geht so das war's ich melde mich später noch mal alles liebe euer christian tschüss papa so jetzt bin ich wieder zurück an meinem arbeitsplatz und möchte euch einige der fotos zeigen die heute bei eisiger kälte entstanden sind allerdings eben auch sehr schön im sonnenschein und das hat den bildern sehr gut getan was ist schon passiert ist jetzt hier habe ich schon mal den import durchgeführt es in dem 234 bilder gemacht worden und davon habe ich mir sechs stück rausselektiert und jetzt noch mal runtergebrochen auf drei die ich euch hier im ersten video mal zeigen will und das sind eben diese drei ihr seht ihr hier fünf sterne markiert und in dem fall auch noch mal mit rot markiert so was haben diese drei fotos also wie sind die entstanden das sind die aufnahmeparameter ist jetzt auch hier oben das ist eine aufnahme freihand ohne stativ blende 4 iso 100 bei dieser brennweite dieser verschlusszeit ok zweites bild ist mit einer zwei sekunden verschlusszeit aufgenommen worden mit einer ganz anderen brennweite mit 17 mm also mit sehr weitwinkelig und eben ja eine art langzeit belichtung in zwei sekunden ihr seht das dann später auch diese person hier ist natürlich unscharf weil sie sich bewegt hat bei blende 8 ebenfalls iso 100 sicherlich vom stativ aufgenommen und auch sehr bodennah wie sie sehen wird und die dritte aufnahme 1,6 sekunden kann man auch von einer langzeit belichtung sprechen blende 4 iso 100 167 mm also auch sehr tele lastig ja sehr minimalistisch beginnen wir mal mit dem ersten bild ich mache das mal auf was ihr hier seht ist das fertige fotos ich mache mal groß das ist das fertige bild so wie ich es jetzt mal entwickelt habe ja und schwer zu erkennen das sind diese eis klumpen hier an diesen an diesem schilfrohren ja ansonsten nur das dunkle wasser im hintergrund und eigentlich ein sehr unsteter bildaufbau aber mir hat das so gut gefallen wie sich das licht gebrochen hat darum habe ich das mal ausgewählt schauen wir uns mal an was ich an dem bild alles gemacht habe wir gehen in den entwicklungsmodus und wir setzen hier habe ich wieder mein protokoll also das ist alles passiert von unten nach oben zu lesen und ich gehe es euch mal schritt für schritt durch fangen wir bei den grundeinstellungen an das ist meistens von oben nach unten abzuarbeiten ist es meistens einfacher und logischer als wenn man hin und her springt gut was ist passiert sind leichte belichtungskorrekturen gemacht worden und ihr seht auch hier wieder diese typische regler einstellung so eine typische dynamikerweiterung möchte ich fast sagen man sieht hier die lichter achtet mal auf diese roten punkte im bild man sieht diese lichter etwas hinunter und gleichzeitig hält man die tiefen auf jetzt ja auch wenn ich es drastisch macht wieder so wenn ich drastisch eine andere macht richtung mache wird so meistens das ist ein sehr häufiger anwendungsfall bei fotos gilt natürlich nicht für alle aber sehr häufig kommt das so vor der weiß wird erhöht der schwarz wird abgesenkt kann man auch noch tiefer machen dann wird das noch kontrastreicher struktur leicht erhöht weil es sicher hier um wie soll ich sagen um um strukturen handel dass es keine keine menschen drauf also hier kann man sich locker erlauben ein bisschen mit der struktur zu spielen etwas dazu zu geben dynamik ist erhöht um dem ganzen ein bisschen farbigen pep zu geben gradations kurve ist mit einem mittleren kontrast versehen also seine ja ein mittlerer kontrast mehr gibt es dazu nicht zu sagen an den farben wurde mal gar nicht gedreht die bleiben so wie sie sind allerdings und das ist hier neu das habe ich euch noch nicht gezeigt im sogenannten color grading modul kann man jetzt das ist relativ bisschen komplexer das kann man nicht so einfach erklären dann macht man vielleicht mein eigenes video dazu aber vereinfacht gesprochen was ich hier gemacht habe ist die tiefen also die dunklen töne mit einem farbtouch zu versehen also mit einem blaustich sagen wir mal so das seht ihr hier an diesen flächen ganz gut einerseits und andererseits die hellen töne also die lichter die hellen hier die halme etwas ins stärker ins gelb zu ziehen das hat den effekt dass es so einen einen art color look gibt es ist jetzt nicht mehr in den originalfarben die farben sind sozusagen leicht verschoben die tiefen sind etwas ins blau gezogen und die lichter sind etwas ins gelbliche gezogen nicht viel aber doch und wenn man das jetzt hier ausschaltet achtet mal auf die farbgebung hier seht ihr doch einen unterschied also eigentlich vorher eher wärmer und hier eher etwas kühler das ist eine reine geschmacksfrage kann man machen muss man nicht es ist aber eine gutes farbmanipulations werkzeug also das wurde bei diesem bild verwendet so dann wurde hier digital geschärft wenn ich hier reinschaue und zwar von der schärfung her nicht so brutal also beziehungsweise auch standardwerte aber hier die maskierung sehr hochgezogen was bedeutet das das heißt wenn man die alttaste drückt und dann hier diesen diesen regler bewegt sieht man sozusagen in einem schwarz weiß kontrast bild welche kanten stark geschärft werden würde der regler hier ganz unten sein würde ich prinzip also jede jede kante im bild schärfen wenn ich hier weiter rauf fahre werden das immer weniger und nur mit die dominanten kanten also sprich die außenkanten der halme und so weiter und wenn ich das bisschen rauf ziehe das ist eigentlich das was ich will ich möchte dass das bisschen raus poppt aus dem bild darum ist das relativ stark geschärft einfach um um kontrastreicher und schärfer das bild zu wirken ansonsten ja objektiv korrekturen chromatische operationen automatisch entfernen profil korrektur seht ihr hier was ich tut erkennt das objektiv und eine leichte vignette dazugefügt um die ecken wieder ein bisschen abzudunkeln das war's mir ist nicht passiert wobei nein das stimmt nicht ganz wir haben hier noch einen einen filter hinein gesetzt hier einen einen light dot sagt man das heißt der ist ganz schwach also eine eine drittel blende rauf die licht ein bisschen reduziert also hier ein schwacher lichtpunkt sieht vielleicht ganz leicht den unterschied um eben wieder die aufmerksamkeit sozusagen auf das hauptmotiv oder auf das zentrum hier zu legen ja dann sind wir schon durch das ist sozusagen die bearbeitung für das erste bild und dann wieder der übliche vorgangsweg exportieren exportieren und dann in der jeweiligen größe und qualität auszugeben so das war die erste version also mit handgehalten einer kamera beim zweiten bild eben kamera auf stativ eine sehr tiefe position ihr seht also das ist vielleicht so 60 cm hoch 70 cm hoch also die kamera ist deutlich also deutlich tiefer und knapp über den boden über die metadaten aber schon gesprochen was ist in der entwicklung passiert ist natürlich brutal hier folge in die sonne aber schauen wir mal auf die entwicklung die entwicklung also das bild vorher und nachher sie habt ihr das raw file aus der kamera und das ist sozusagen die bearbeitete version davon schauen wir noch mal zurück hier oben ok beginnen wir wieder mit der belichtungssteuerung ähnlich wie wie im vorigen bild kann man fast sagen also lichter runter tief etwas rauf weiß dazu schwarz ein bisschen runter hier ist die dynamik ebenfalls angehoben struktur könnte man hier auch noch etwas anheben das ist ein bisschen knackiger wird dynamik ist oben dass die farben schön knallen sonst ist hier nicht sehr viel passiert hier haben wir einen linearen kontrast auch hier könnte man einen mittleren kontrast ja könnte auch ganz gut passen vielleicht noch mal ein bisschen heller machen ok was haben wir noch an den farben wurde nichts gemacht ist jetzt alle regler sozusagen unberührt am color grading wurde auch nichts gemacht also wir haben hier keine verschiebung der farben in irgendeine richtung wir könnten hier jetzt auch ähnliches tun wie vorhin bei dem bild also die tiefen wenn ich das brutal mache setzt ja wie das wie das dunklen bereiche sozusagen abschmieren ins blaue die dunklen bereiche ein bisschen ins blaue ziehen und die lichter ein bisschen ins gelbliche ja das könnte man durchaus auch so machen wir auch ganz nett bei der schärfung da darf ich nicht auf den menschen sondern das jetzt wieder unscharf natürlich ist ja der mann der hier gegangen ist weil eben eineinhalb zwei sekunden belichtet wurde wenn man hier auf dem schnee gehen oder hier auf die auf die auf die die nieten schärfung ist auch wieder im standard wert auch hier gilt wieder wir könnten hier stärker die kontrast also die kontrast kanten oder die harten kanten schärfen um es knackig zu machen auch gut so rauschreduzierung in kleinster dosis eine profil korrektur auch hier angewendet setzte den riesen unterschied also hier wird das objektiv schon sehr stark korrigiert also offensichtlich ist das auch irgendwie notwendig und hier oben sehe ich so einen dunklen punkt dass hier hier schadet er ab vom vom filter der verwendet worden ist könnte man aber das auch hierzu bisschen zusammenziehen dann ist das nicht mehr tragisch oder man löst im photoshop hier habe ich noch ein paar punkte auf dem auf dem metall das könnten jetzt echte flecken sein oder es können natürlich sensor flecken sein kann man hier auch auf der seite ich vermute fast es sind sensor flecken oder auf dem objektiv die kann man auch hier sehr leicht entfernen ich zeige euch das mit diesem tool hier einmal drüber und jetzt sucht er sich einen anderen bereich aus wo kein also der annähernd seiner farbe entspricht und schon kann man diese punkte hier raus stempeln sagt man also das hat nicht funktioniert das habe ich verzogen so nehmen wir das wieder weg ja das sind dinge die mache ich an und für sich lieber im photoshop das ist etwas komfortabler und ja zum teil auch schneller lassen wir das mal hier das ist so oft auf der einen seite kann ich so gut zeigen hier punkt größe des punktes anpassen dass der sozusagen innerhalb der inneren linie ist darauf jetzt sucht dass ich selber einem eine vergleichbare stelle passt akzeptieren fertig so und wir sind dann hier unten ja color grading schärfen objektiv korrekturen wie nett er habe jetzt wie nett habe ich jetzt hier keine drin würde ich auch nicht unbedingt setzen weil sonst wird wieder der himmel dunkel in den ecken nicht unbedingt notwendig wir könnten hier noch schauen mit einer mit einem verlaufs filter unten ein bisschen tun ja könnte man auch noch machen so und eventuell hier noch mal den horretzen und ausrichten wenn das ist nicht ganz gerade so und fertig auch wieder hier exportieren und das bild ist fertig drittes bild ganz minimalistisch und zwar schauen wir uns mal kurz auf die metadaten hier haben wir 1,6 sekunden belichtungszeit in hohe brennweite wieder mit diesen 167 mm f4 das ist so leicht abgeblendet für diese linse ist an und für sich 2.8 linse und war leicht abgeblendet also eine blende abgeblendet auf blende 4 der fokuspunkt müsste hier sitzen natürlich sonst wäre hier nicht scharf und wir haben an dem bild schauen wir auch kurz vorher nachher ja ihr seht ihr also das ist das raw und das ist das nachgearbeitete hier ist auch nicht allzu viel passiert der wesentlichste style faktor sozusagen ist eigentlich dieses dieses fahle grau in ein attraktiveres blau zu verwandeln auch um ein bisschen die diese winter atmosphäre mit zu transportieren achtet bei euren bildern immer darauf ob es in sich logisch ist also wenn etwas kühler war oder kühler dargestellt werden sollte dann kann man leicht ins blau tendieren war es sehr heiß möchte ich sonne und wärme symbolisieren dann muss ich hier ins orange ins gelbliche hochziehen also das schon auch bei der aufnahme beachten wie sich das auswirkt aber auch in der nachbearbeitung dass die dinge nicht unlogisch werden aber eins nach dem anderen jetzt sind wir mal hier was haben wir hier auch ein paar schritte nur das ist auch nicht so viel gewesen weiß abgleich habe ich eigentlich so gut wie nie verändert der passt irgendwie sehr gut aus der kamera hier ist ein bisschen die belichtung runtergezogen hier haben wir diese dynamik streckung sage ich dazu lichter runter tiefen rauf weiß rauf schwarz runter das ist etwas was sich sehr häufig wiederholt struktur haben wir dazu dynamik haben wir dazu alles gut hier könnten wir auch noch mal kurz über einen kontrast also ich finde das ganz gut wenn man da in den tiefen bereichen in dunklen bereichen auch noch erkennen kann dass da hinten halme sind und nicht nur mehr schwarz also das finde ich in der aufnahme zum beispiel besser wenn das sozusagen ein linearer kontrast ist gradations kurve haben auch besprochen an den farben wurde nicht gedreht bis auf in der luminanz von grün also von grün und gelbgrün warum weil ich es attraktiv finde wenn diese farben des grases ein bisschen raus leuchten wäre das nicht ich versuche mir das einmal hier auszuschalten seht ihr auf schaut mal hier auf das grün auf die mitte eingeschaltet leuchtet mehr ausgeschaltet leuchtet ist etwas stumpfer also dieses etwas stärkere leuchten insbesondere nur in den grüntönen ja fand ich attraktiv habe ich ihm so gemacht color grading genauso wieder ähnliches spiel tiefen ins bläuliche lichter in dem fall auch ins bläuliche was hat das bewirkt würde ich die lichter ins gelbliche ziehen habe ich wird meine wasseroberfläche die hier war so gelblich weil das eben die hellsten stellen sind und das macht eigentlich keinen sinn also würde ich euch empfehlen hier ins blau runter zu gehen dass das eben etwas kühler wird also lichter als auch die tiefen mit einem leichten blaustich möchte ich sagen so hier haben wir auch das gleiche wieder normal normale schärfung aber eben sehr massiv mit der maskierung gearbeitet damit wirklich nur die grashalme geschärft werden ich zeige es euch nochmal hier weiter unten wenn das so ist dann werden auch hier teile in der wasseroberfläche geschärft und das führt eigentlich zu zu störungen im bild also das ist eher ein nachteil wenn ich das nicht mache also wenn ich das sozusagen maskieren nur diese dinge schärfe dann werden nur kanten geschärft und keine flächen und damit wirkt der grashalm schärfer aber die wasserfläche oder die die fläche im grashalm dazwischen wird nicht angegriffen und bleibt sozusagen also wird nicht grislig und rauer rausch unterdrückung brauchen wir so gut wie nicht objektiv korrektoren sind wieder ja dabei ist jetzt objektiv alles gut transformieren brauchen wir hier nicht weil das ding ist ausgerichtet und einen effekt haben wir auch keinen drüber ja es ist sowieso ein sehr isoliertes objekt gut auch hier wieder exportieren nachher und in der jeweiligen größe abspeichern was ich dann noch gemacht habe das zeige ich euch nur ganz kurz im ansatz ich habe wenn ich das soweit bin wie ich euch das gerade gezeigt habe mit allen drei bildern dann öffne ich alle drei bilder im photoshop gehe nochmal ins jeweilige bild ich zeige es euch jetzt nur ja könnte es euch zeigen hier vielleicht gehe nochmal in das bild im photoshop und mache kleine korrekturen mit dem pinteln und mit dem stempelwerkzeug wenn ich etwas rauslöschen möchte und schließe das bild wieder also das ist im prinzip hier diese psd version aber ansonsten reicht eigentlich die raw bearbeiten und ihr habt es gesehen wenn man sich ein bisschen mühe gibt kann man hier die punkte durchaus auch entfernen im lightroom also ist für diese art von fotos jetzt eigentlich gar kein photoshop notwendig gewesen also hier sind wir mit unseren drei bildern in mit der rot fünf sterne rot markierung so dass ich es noch habe und that's it liebe leute danke wieder fürs zuschauen und zuhören seid knedig lasst mir einen daumen hoch da eventuell ein abo sprecht es über mich teilt es mich liked es mich shared es mich shared es mich ist gut ja und ja würde mich freuen wenn mein youtube kanal langsam aber sicher wächst und wenn sich immer mehr leute hier einfinden die interesse daran haben zu sehen wie ich arbeite beziehungsweise ein bisschen was über fotografie zu lernen und da habe ich noch einige ideen die ich noch gerne umsetzen will in diesem sinne wünsche ich euch allen einen schönen abend bei mir ist es jetzt ihr seht es hier 21.53 werde es dann den leiteren verlassen und mich dem dem normalen leben wieder widmen und ich wünsche euch alles gute schönen abend danke fürs zuhören bis bald euer christian tschüss und baba